Heyo und willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe gerade eben den Vlog von gestern geschnitten und der legt gerade eben hoch. Der dauert dann nur so zwei Minuten, also wird das gleich gemacht sein. Denn gestern habe ich da nicht so viel filmen können. Jo, es ist gerade eben 3 Uhr. Es ist ein heftiger Zeitsprung, aber ich hatte halt keine Zeit, irgendwas aufzunehmen. Jo, der Paolo kommt gleich her. Hallo. Ja, hallo, tschüss. Ah, süße. Okay, gehen wir mal. Rückwärtsgein, danke. Hallo Leute, ich mache jetzt seinen Vlog-Kanal weiter. Ganz genau, ja. Ich, der Paolo. Er, weil er zu faul ist dafür. Und jetzt hat eine Gwendoline kommt, die gleich die Kamera auffressen wird. Ziehst du sie? Denkt sich so, Han! Das ist Futter für die Mama. Boah, da sind Tropfen drauf. Ja, wir sind jetzt nach einer kurzen Unterbrechung wieder zurück. Ja. 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 Oh, süß. Bitte, bitte töte mich nicht. Ich bin nur der Kameramann. Was sagen Sie zu Ihrem neuesten, jüngsten Erfolg? Keine Interviews, bitte. Wir wissen, dass du das bist. Können Sie gucken, wir mal genau in Ihren Mund rein. Jaaa! Heine weiß! Nein, bleib doch mal auf! Genau, jetzt hab ich dich wieder kaputt gemacht! Schäm dich! Geh auf dein Zimmer, Alter! Ja, genau! Ja! Okay, komm! Wieso fokussiert das Ding die Beine von ihr? Wieso fokussiert das Ding die Beine? Wieso fokussiert das Ding die Beine? Hey, jetzt komm mal wieder runter! Ah! Wooh! Okay, komm wieder an die Steine! Da! Tschüss. Tschüss. Hallo. Ja. Also dann. Wir sehen uns. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Ja.